Bonjour und schönen Vormittag hier aus Paris, direkt von der Rennstrecke. Der Herrentriathlon, der ist mitten im Gange und die Radfahrer, die sind hier entlang der Seine auch unterwegs. Wir werden mal aus dem Bild gehen und sobald vielleicht der ein oder andere kommt, werden wir dann darüber auch berichten. Ja, die Seine, die ist so ein unbeliebsames Kapitel geworden bei diesen Olympischen Spielen. Es gab im wahrsten Sinne des Wortes einflussreiche Personen wie Emmanuel Macron an Hidalgo, die sich ja dafür stark gemacht haben. Leider stark gemacht haben, muss man sagen, denn es wurde hier gestartet und in den Vormittagsstunden wurde hier auch der Frauenbewerb ausgetragen. Bevor wir vielleicht zu den Frauen schalten, schauen wir hier mal auf die Strecke. Wir sehen und hören hier den tosenden Jubel der Zuseher. Der Radbewerb, der ist im vollen Gange und hier sehen wir den Führenden nach diesem oder in diesem Bewerb. Die anderen dürften zurückliegen. Ja, kommen wir vielleicht nochmals zurück zu den Damen. Paterer und Hauser sind da auch ins Rennen gegangen für Österreich. Wir haben auch einige Bilder vorbereitet des Rennens, vor allem durch die Seine. Und das war alles andere als wirklich erfreulich. Denn bei diesem Rennen wurde gestartet in diesem wirklich schmutzigen Wasser. Und eine der beiden Österreicherinnen hat nach dem Rennende auch verlautbaren lassen. Jetzt schauen wir noch einmal auf die Rennstrecke, weil wir haben das sozusagen aus dem Fan-Modus bei uns hier. Die Führenden, die Spitzengruppe mit dem Österreicher Keindl auch mit dabei. Und da die Nachzügler, die hier gerade durchradeln und durchrasen. Und im rot-weiß-roten Rennanzug die Österreicher Keindl und auch Knabel. So, jetzt kommen wir nochmals zurück zu unseren Damen. Die haben leider, was die Bewertungen betrifft und die Endplatzierung hier, nicht besonders gut abgeschlitten Plätze jenseits der 30 bzw. nur Rang 50 von 55 Läuferinnen. Und eine der österreichischen Triathletinnen hat vor wenigen Augenblicken im Interview sogar gesagt, sie hat sich während des Schwimmens übergeben müssen. Dann hätte es so gegraust vor dem Wasser und es ist wirklich unverständlich, dass man hier das Rennen stattfinden lässt. Es gilt zwar natürlich für alle Läufer, aber die Gesundheit, die ist natürlich auch in Gefahr, wenngleich heute freigegeben wurde. Es hat aber heute in den Nachtstunden wieder geregnet. Und es geht ja hier nicht ums französische Kirschkernwerfen oder ums Dreiradfahren, sondern es geht wirklich um olympisches Gold im Triathlon. Also eigentlich unverständlich. Ja, das, was du gerade sagst, das ist natürlich genau das, was sich auch viele denken. Sogar im Internet kursieren natürlich unglaubliche Witze über die ganze Situation in Paris mit der Senn. So wie du es beschreibst, diese eine Schwimmerin, die sich tatsächlich während dem Bewerb im Wasser übergeben musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nachvollziehen können. Denn das Wasser war ja gestern noch nicht einmal bereit und sauber genug, um darin schwimmen zu können. Heute soll das dann der Fall sein. Da macht ja auch die Psyche schon gar nicht mehr mit, weil schon allein psychisch. Das ist eine unfassbare Belastung für die Athleten darstellt. Wenn du dann ein bisschen zu viel Wasser schluckst, dann graust dich schon. Gibt es da nicht schon erste Stimmen, die überlegen, diese Spiele oder diesen Bewerb anzufechten? Ja, das kann durchaus natürlich sein, dass das im Nachhinein gemacht wird. Wir können uns vielleicht kurz umdrehen. Schauen wir mal bitte auf die Säen. Liebe Zuse, ich glaube, Sie würden da weder einen Schluck Wasser daraus trinken. Das war zu Zeiten von Napoleon so. Napoleon war gut beraten, hier auch Trinkwasser in die Stadt zu bringen. Das haben ihm seine Berater damals gesagt. Und Kanäle auch zu bauen. Aber es hat sich seither eigentlich wenig geändert, wenn man die Säen vergleicht. Und es ist wirklich unverständlich, dass man das hier so durchzieht. Möglicherweise gab es natürlich auch Druck der Sponsoren. Es ist ein Milliardengeschäft. Und die Sportler sind diejenigen, die nicht befragt werden. Sondern man fragt hier natürlich eher diejenigen, die diesen Bereich auch finanzieren. Werden wir wieder auf die Strecke schauen und hier diesen Marathonbewerb sehen. Vielleicht für all jene, die nicht so oft Triathlon sehen. Es wird 1,5 Kilometer geschwommen in der Säen. Dann gibt es auf dem Rad 40 Kilometer. Insgesamt sieben Runden. Deshalb sind wir hier einige auch mehrfach. Sieben mal fünf. Und dann wird noch zehn Kilometer gelaufen. Vier mal 2,5 Kilometer. Und zur Erinnerung, vor 20 Jahren hat eine Österreicherin Kate Allen damals sogar olympisches Gold geholt. Ja, jetzt, wie gesagt, auf der Strecke und bereits im Wasser sind Keindl und Knabel. Wir hoffen, dass die einen guten Bewerb auch leisten können. Es gab zuletzt, weil du gesagt hast, gesundheitliche Schwierigkeiten, auch Kritik von einem ganz großen des Triathlonsports aus Deutschland von Frodeno. Der hat gesagt, seine eigene Frau, die immerhin 2008 in Peking auch eine Medaille gewonnen hat, die musste 2014 wegen dieses schmutzigen Wassers ihre Karriere beenden. Für die Haut ist das extrem schlecht. Auch Dünnpfiff ist möglich. Und all das sind eigentlich Gefahren, die man vielleicht bei irgendeinem Provinzrennen irgendwo in Frankreich oder irgendwo auf der Welt vielleicht in Kauf nehmen muss. Nicht aber bei einem olympischen Turnier. Man hat ja hier in den Fluss auch nur 1,4 Milliarden Euro investiert. Ja, es hat mir für die Lula Piovesana leidgetan, weil die war sehr, sehr knapp dran an der Silbermedaille. Dass sie dann die ehemalige oder die amtierende Olympiasiegerin um Brunstmedaille in den Kampf bekommt, ist natürlich weg. Aber sie hat sich sehr gut verkauft. Also sie war ja eigentlich gar nicht auf meiner Liste mit den Medaillenhoffnungen. Und ich habe mich sehr gefreut, wieder einmal eine Österreicherin zu sehen, die auch gegen eine vermeintlich schwierige Gegnerin von Anfang an eigentlich offensiv ist, alles versucht, attackiert, keine Scheu zeigt. Das ist eine richtige Einstellung. Und das macht dann schon Freude, das anzusehen. Eine richtige Einstellung, die ist sicherlich eine Sache. Aber beim heutigen Triathlon, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, der ja aktuell noch immer läuft, muss man sagen, da nützt die richtige Einstellung nicht mehr viel. Da muss man wirklich schon extreme mentale Stärke und auch körperliche Kraft aufwenden, damit man das alles bewältigen kann. Wir haben immense Bilder gesehen. Die Atmosphäre, die ist top. Aber für die Athletinnen und Athleten bedeutet halt diese ganze Thematik rund um die Senne und das Wasser, was lange zu schmutzig war, schlussendlich dann doch freigegeben worden ist. Ja, eine immense Belastung. Und wir haben gehört, dass sich eine Sportlerin dazu bekannt hat, dass sie sich während dem Wettbewerb im Wasser sogar übergeben musste, weil sie sich so unfassbar gekraust hat. Frau Graf, an Sie als Expertin gerichtet, ist das überhaupt dann noch rechtmäßig? Sind diese Spiele nicht komplett in dem Bewerb anfechtbar, wenn es den Athletinnen und Athleten wirklich körperlich so schlecht geht, aufgrund der Basisvoraussetzungen? Ja, es sind zwei Dinge. Also erstens einmal, der internationale Triathlon-Verband hat dem Wettkampfort zugestimmt. Das heißt, die haben das eigentlich für in Ordnung befunden. Das Zweite ist, und es gibt ja auch Sportler, die tolle Leistungen gebracht haben heute im Schwimmbewerb, man kann und muss als Spitzensportler schon die Einstellung haben, das alles beiseite zu schieben. Ich habe das auch immer versucht eigentlich, weil man muss sich das so vorstellen, von 100 Startern haben 90 ein Problem damit und die 10, die keins damit haben, sind schon wieder einen Schritt vorne. Und das muss man für sich nutzen. Man muss jedes Quäntchen nutzen. Das heißt, ich glaube, viele sind jetzt mit der Einstellung reingegangen, okay, wir schwimmen und das ist Wasser und fertig. Das Zweite, ich glaube, das war die österreichische Triathletin, die sich übergeben hat. Und da muss man verstehen, wenn man so hohe Leistungen bringt, dann bildet man die Milchsäure, das Laktat im Blut. Das ist das, was Hobbysportler spüren, wenn die Muskeln zum Brennen anfangen. Und wird das zu schnell zu viel produziert, dann muss man sich übergeben. Das ist in den Trainingsabläufen täglicher Teil. Also ich kann mich erinnern, die habe ich während einem Training mindestens fünf, sechs Mal übergeben müssen. Das gehört dazu. Natürlich jetzt die Insicht der Sportler, die das ein bisschen aufklären können. Für die Amateure klingt das natürlich so, als wäre es dann tatsächlich das Wasser. Aber nicht nur die Wasserqualität war ziemlich heftig, sondern natürlich auch die Strömung. Also alle Schwimmer, die da heute an den Start gegangen sind, haben durchschnittlich fünf Minuten länger gebraucht für ihre Leistung, die sie normalerweise eben doch etwas rascher erbringen können. Wir hatten dann eben auch Sportler, die beschrieben haben, eh auch die österreichische Athletin, dass sie erst mal gedacht hat, sie kommt überhaupt nicht mehr vom Fleck, weil die Strömung so extrem stark war. Ist das schon eine besondere Herausforderung gewesen, dieser Triathlon heute? Also hat man es da den Athletinnen und Athleten besonders schwer gemacht? Wäre das vielleicht nicht doch etwas, wo man noch mal drüber nachdenken müsste? Könnte man schon, ja. Also die haben sich das weiter sicher bis auf die Knochen verdient. Aber im Wettkampf zählt dann, es ist für alle gleich. Was ebenfalls im Wettkampf so zählt, ist natürlich auch der Sportsgeist. Und da gibt es eine Geschichte, die uns jetzt als Olympia erreicht, die mich persönlich wahnsinnig, ja, eigentlich berührt hat und die ich sehr, sehr schön finde. Es gibt tatsächlich ein gemeinsames Foto von den Tischtennisspielern aus Nordkorea, Südkorea und China. Dieses Foto sorgt natürlich vor allen Dingen im asiatischen Raum für ganz, ganz hohe Wellen, aber auch gemischte Gefühle im asiatischen Raum. Da gibt es wirklich Pro und Contra. Viele sagen, sie hoffen, dass die nordkoreanischen Athleten das überhaupt heil überstehen, dieses Foto. Darf man ein bisschen politisch werden bei Olympischen Spielen? Ist das erlaubt? Wie sehen Sie das? Ist das eine schöne Geste, dieses Foto von diesen drei Mannschaften in einem Bild, von diesen Spielern in einem Bild? Oder sollte man vielleicht auch zweimal überlegen, auch als Sportler im Freudentaumel, welche politischen Botschaften man rausschickt? Ja, es ist ein schönes Thema. Ich glaube, dass die Politik komplett aus dem Sport draußen bleiben sollte, auch wenn es schöne Gesten sind, aus dem Grund, weil es gibt ja auch schlechte Gesten, nämlich dass Sportler aufgrund ihrer Herkunft ausgeschlossen werden. Und es hat im Sport nichts verloren. Der Sport hat eine Chance. Da zählen die Leistungen, da zählen die Meter, die Sekunden, die Performance. Und da zählt keine Hautfarbe, keine Religion, keine Herkunft. Da zählt einfach nur, der Beste gewinnt. Und die anderen geben einen anerkennenden Händedruck und gratulieren. Und so einfach funktioniert es im Sport. Und gerade deswegen, glaube ich, war das der Grundgedanke von Pierre de Couvert-Dieu, von den Olympischen Spielen, einfach eine Zusammenkunft zu schaffen, über alle Grenzen hinweg, über alle politischen Einstellungen hinweg, wo junge Menschen sich finden können, Freundschaften bilden können. Und das ist ein bisschen so abgekommen jetzt vom Sport, vor allem auch vom Internationalen Olympischen Komitee. Und das finde ich schade. Bleiben wir bei den Dingen, die besonders schön sind, weil wir gerade über Sieger und Erfolge sprechen. Es gibt wirklich einen absoluten Shining Star bei diesen Spielen. Sie kommt aus den USA und ist im US-Team der Gymnastik drinnen. Und sie hat die fünfte Goldmedaille geholt, trotz Verletzung. Die Frau ist einfach irre, muss man sagen. Simon Balz, keiner kommt an ihr vorbei. Was halten Sie von ihr? Ja, ich bewundere Sie. Also ich habe ihren ersten Wettbewerb gesehen im Teambewerb. Die haben mit dem Teambewerb gestartet. Und ich habe gesehen, sie hat gehumpelt und habe mir gedacht, oh ey, also das ist jetzt wirklich grenzfertig. Aber die tun das einfach hinweg. Und da sieht man halt einfach, wenn man mental stark ist und natürlich die vielen Erfolge, die sie hatte, diese Konfidenz, dieses Selbstvertrauen, das in ihr drinnen ist, das kann man nicht mehr rausrütteln. Und das ist sicher der Grund, warum sie so erfolgreich ist. Das ist ein bisschen beeindruckend, wenn man sie dann tatsächlich in Action sieht. Man hat fast den Eindruck, dass sie fliegt. Und ich muss sagen, bei den ersten Videos, was ich von ihr gesehen habe, wenn man dachte, spulen die das gerade vor? Ist das Zeitraffer oder warum ist das so schnell? Weil man wirklich den Eindruck hat, dass das einfach wirklich höchste Akrobatik ist, die sie da macht. Und man kann nur blinzeln und sie ist schon wieder am Boden. Und dazwischen tut man sich fast schwer, die Figuren zu begreifen, weil die in so perfekter und rascher Abfolge kommen. Ist Simone Bals für Sie der absolut größte Superstar hier bei den Spielen? Oder sagen Sie, da wird noch mehr kommen? Da gibt es noch die eine oder den anderen. Den habe ich so ein bisschen im Visier. Ich glaube, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Von der Anzahl der Sieger und vom Auftritt von der Persönlichkeit ist sie für mich der absolute Superstar. Da kommt dann lange nichts nach ihr, glaube ich.